Herzlich Willkommen in Minecraft Welt in Mitterrohr. Ich bin heute Tempo 67 und werde euch die nächsten zwei, zweieinhalb Stunden durchs Programm führen. Mal sehen, wie lange wir machen. Und ich begrüße die Schokolade mit Hallöchen. Hallöchen. So, der Schmärsch wollte auch noch kommen, hat er gesagt heute. Wollen wir mal gucken. Der Coolman ist drauf und der Insta-Rund gezockt. Okay, der ist auch da. Gut. Ich habe was zu fressen dabei, das ist gut. Das ist vielleicht die Welt, aber ich habe was dabei. Ja, dann pack dir erstmal ein bisschen was ein. Ich muss gleich erschießen. Ich habe nichts mehr. Ich glaube, ich gehe dann wieder zurück. Ist doch egal. Ja, so. Machst du es so. So. Du weißt buddeln gehen in Rammelsberg, sagtest du, ja? Okay, dann gehen wir mal nach Rammelsberg. Weil wir genug gebuddelt haben, können wir noch Wege bauen. Ja. Und beseitigen. Ich brauche ein Level. Ich habe 26, kein Problem. 25. Rammelsberg. Flup. Boah. Ich bin noch raus. Ich bin auch draußen. Fängt ja gut an. Fatale Grandin Kikiriki. Na gut. Ja, wie gesagt, ist ja mit diesem Signpost Mod ab und zu sagt der Server dann, hallo, das ist aber ein Cheaten und Cheaten ist nicht erlaubt, weil es bei mir so eingestellt ist. Nur die Admins können cheaten und da wir den Server neu gestaltet haben oder mussten, wegen Stromausfall, ähm, meckert haben wir schon oben. So. Stimmt, die Treppe hat dich mal angelegt, weil es richtig schön ist hier. Aber die sind querweg hier nicht mehr brauchen. Ich kann das ja mal hier wegnehmen, was hier ist. Flup, flup. So, gehen wir mal weiter. Ja, cool, man ist gar nicht mehr drauf. Er hat vorhin gefragt, ob er ein TS ist. Ja, ist wahrscheinlich auch gerade rausgeflogen. Hey, wir müssen noch tiefer. Na komm. Komm her, komm. Komm her, Mövi. Komm nur einfach mit. Kann nicht so schwer sein. Hallo, hier geht runter. Ich weiß, wollt ihr nochmal gucken? Ich grabe mich hier mal lang, mal gucken, wo ich da langkomme. Wie bin ich in 6. Ich bin in der kleinen Etage höher hier. Ich baue hier einfach mal. Ebe 26, ich geh nochmal mit einer und tiefer. Mach das. Mach das. Ich buddel hier mal lang. Wenn ich hier irgendwas finde, weißt du? Jetzt hier natürlich in die Krippe, komm ich auch ein bisschen tiefer. Ich kann das auch anders machen, fällt mir gerade ein, komm mal her, komm, komm her. Cool, ich habe einen breiten Gang gebaut, jetzt wird es dunkel, genau, war klar. So, dann kann man hier mal so einen breiten Gang machen, aber hier gibt es nicht so viel, wie es ausschaut, links die Fackeln, die hat rechts gesetzt, der Teile kann links die Fackeln. So, mein Auge auf dem TS haben, falls der Schmerz kommt, ich habe einen Goldnugget, ist das denn nicht putzig? Ich habe schon einen Goldnugget gefunden, kann nach Hause gehen. Aber hier gibt es irgendwie nichts so richtig, also hier oben gibt es nichts. Da habe ich kein Schild, jetzt würde ich hier vorne ein Schild machen, hier, Achtung Feuerchen. Was brauchst du denn? Holz, das hätte ich ein Schild gemacht, Achtung Feuerchen. Hast du ja kein Holz mitgenommen? So, hier ganz hier unten, hier irgendwo? Jaaa, guck. Ich sehe dich aber nicht. Guck, guck. Ich sehe dich nicht. Komm mal. Ach, wer bist du denn? Erledigt. Gehe aber deinen Namen schon hier. Ja, ich sehe dich da irgendwo an. Krauchen. Ich krauche hier hinten rum. Komm mal mit. Ich komme. Ich komme. Hier jetzt? Mensch, das ist ein Hauptweg, der hätte dann drei Blöcke breit sein müssen, ne? Bringt ja nichts. Der geht aber nicht hier. Ja, dann kannst du dann einfach nicht weiterbauen. Also soll ich es wieder stopfen? Nö, lass doch so. Sonst hätte ich erstmal durch den Tunnel, jetzt guck mal Schatz. So wieder Gänge gemacht. Ja, kannst ja machen. Wieder nicht, dass man ins Feuerchen latscht, ne? Da ist ja wohl keiner. Da gibt's wirklich die Enden hier nur so kurz rum eigentlich. Weil da irgendwelche böse Überraschungen bestimmt kommt. Feuerchen und Wässerchen und so'n Dreck alle hier. Stimmt, da muss ich ein paar Wasser. Nicht so stark. Da war also irgendwas. Okay. Hmm, weg. Zum Beispiel haben wir da Fressen. Guck mal. Was wir machen? Wir buddeln gerade so ein bisschen nach Erzen. So, da, 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 da. Da, 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 so. Puppi 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 Puppi. Den so schon Erz gefunden ich noch nicht. Hä? Ich wollte immer neuen geraden Gangchen rein, was du hier findet. Wahrscheinlich ruck 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 voll sein. jetzt wird so eine sonne schlecht dass man den hauptgang hier blubberts irgendwo bebrauchen wir noch mal redstone irgendwelche schaltung bauen willst dafür brauchst du es ja blubberts aber ja pass auf die feuerchen ja ja pass ich schon das besserchen ja was machen was kann man damit machen weiß ich auch nicht hier ist ein feuerchen ja klar machen ich bring euch nachher vorbei der redstone hab auch noch welche simpeto das weiß ich können sie haben hier ups hier ist ein feuerchen das kann also auf die feuerchen auf dem wässerchen ist nicht locker bleiben oh ich treffe das ding nicht ich habe schon ein gold stück schon mehr gefunden ist das wirklich toll ein gold stück ein nugget ja insgesamt schon neun nuggets habe ich ist das nicht toll nugget ich nehme schon bald nach hause wenn die hammerball kaputt ist dann ich So, und dann müssen wir sie rein ausbauen. Na, kommt das Schmerzschalter doch nicht? Glaube ich nicht, dann wäre der schon da. Ja, denke ich auch. Hat gerade Kling gemacht? Irgendwas habe ich da gefunden. Sollte ich einfach wieder ein bisschen Licht machen. Ah, Kohle habe ich hier. Ich habe Redstone, das ist gut. Jetzt ist meine Hacke kaputt. Äußerst uncool gerade. Mit einem äußerst unpassenden Zeitraum. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich müsste doch eigentlich... Warte mal kurz. Wartet mal, Freunde. Ich glaube, den Hammer hat dich aus Obsidian gemacht, ne? Kann das sein? Das kann sein. Ich meine, ja. Hast du. So. Da war ich ja eigentlich auch so. Das ist egal. Ah, das war ab 10 Jahren. Okay. Ähm, kurz umbauen. Ja. Danach bauen wir noch Wege, ne? Machen wir. Ich kann mal die Sachen hier wieder einpacken. So. Haben wir auch gemacht. Produziere schon, nehmen wir wieder für meine Wege. Ich glaube, ich kann mal hier die ganze Kohle hier raus. Weil Kohle ist wichtig, Kohle braucht man. Krastisch. So, haben wir hinten noch ein bisschen Redstone. Den wollt ihr ja... Oh, holen wir ihn gar nicht mehr drauf. Nee. Oder ist er vielleicht rausgeflogen? Warte. Oh, was ist denn da? Einen Redstone? Oh, was ist denn da? Oh, das ist so. Oh. Das wäre jetzt was für dich, ihr könnt euch richtig schön auf... ...aufpeppen. So, was ist denn da? Ganz wie Kohle. Oh, was ist denn da? ganz viel kohle ist hier gerade, du hast gar nicht mehr ganz viel kohle hier aber ich habe auch gerade jede menge gefunden, das ist nicht, kannst du zur not auch mit handeln ja, das kann man machen sooo ich habe schon mal... ich habe ja mehr hier ist redstone oh, ein nugget nur eins, ich habe schon so viele nuggets ich habe gerade mal ein nugget gekriegt oh ich habe ja ganz viel schon gekriegt ähm, da muss ich runter hier ist noch so ein bisschen hier ist auch noch redstone möchte ich gleich mal mit guck mal, im Weserchen gibt es da und ein einzigen Smaragd habe ich bisher zu gefunden ein einzigen da hast du einen mehr als ich ähm hast du schon welche Smaragde? ich sage, da hast du einen mehr als ich dann habe ich richtig so, bleibt zur Verwaltung hinter Miele, gehe ich kurz nach Hause ja beziehungsweise ich baue erstmal kurz hier was ab das kann ich aber auch nachher machen ich gehe mal kurz zurück und bringe den beiden Jungs ähm mal redstone vorbei ja ja ich muss nur noch den Ausgang wieder finden, wo das war ich finde ich den Ausgang hier blöd, wo war denn der in den Eingang meine, wo es wieder reingeht ja ja ich schicke den auch noch ein bisschen redstone hier hä? Moment mal hier gehts hoch dann bin ich mal kurz mal drüben bei denen, ja? ich bin bitte bitte du 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 Das war's. Ja, hier ist der Ausgang sehr gut. Ja, hier ist der Ausgang. Dann gehe ich jetzt einen Schritt weiter nach Angerstein. An Angerstein gehe ich jetzt zu den beiden hin, ne? Ja. Ja, Lapis brauche ich auch immer für diese Linkspunkt, für Deko-Kraftbrot. Auch den Verzaubern. Lapis kannst du auch nie genug von haben. Mhm. Doch. Auf geht's. Oh, der Weg weit. Hm, 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 hm. Buh, 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 bah. Wieder. So. Auf geht's nach Tal. Oh, der hat sich selber noch keine Redstone gefunden haben. Guck, man hat sich doch so weit runtergekramen für wie verrückt. Ja. Der hat keine Redstone hat. Komisch. Ur-komisch. Ja. Ich bringe auch noch welches vorbei. Wer weiß, wie du zu dir hinkommst? Ähm, können wir ja gemeinsam machen, ne? Ich bin gleich da. Burg Angerstein musst du dann nicht hin teleportieren. Erstmal nach Seehusa teleportieren. Dann von Seehusa nach Burg Angerstein. Dann hast du schon nicht mehr weit. Richtig. Oh, guck mal, was haben die hier gemacht. Ah, der Weg sieht gut aus. Sehr schön. Das haben die sehr schön gemacht. Das gefällt mir. Super, Jungs. Super, super. Ähm. Ähm. Redstone. Redstone. Es wird wieder zu. dann komme ich jetzt wieder zurück wirklich dicken fetten bacon cheese jetzt wird es nach befrechtet so etwas schul und dann gehe ich wieder zurück muss man mit dabei wahrscheinlich nicht Da kann man das Dorf hier auch noch ein bisschen weiter erweitern hier. Süß, ne? So, ich geh mal zurück nach Angerstein. Oh! Dann bist du da. Wo ist er denn da? So, Alter. So, hier haben wir unsere Fahrscheine. Wo bist du denn, Schoki? Na, noch in Rammelsberg nach Erzenwürth. Dann hab ich Gold. Du kannst ja in die Produktion gehen. Dein Gab. Kann uns abgewehrt. Ah, ich bin durch das Superschwert aus Zwergen Binge im Kämpfe etwas vernachlässigt. Der Kleber müsste ein bisschen besser sein. Aber ich krieg ja nicht mehr drauf. Was? Wo? Nee, hier. So, haben wir. Kommt jetzt wieder zurück. Ah? Not fast! raus geht sich ja nicht irgendwo gekillt hier unterwegs eine schöne rüstung hat ja wohl eine meise hier gucken ob ich fehlerfall habe für meine schuhe so nicht so hart ist so weiter geht dann kommt er gleich rein hier um gut dann muss man sich hier finden kommt der schmärsch ich brauche eine haus einsetzen kann hier die hier aber rein hier wo wollen wir bestimmt gleich auf den server ist du das auch Gott sei Dank. Nein. Nee, ist noch nicht auf den TS, das sehe ich noch nicht. Weißt Bescheid? Ah. Ah. Okay. Ah. 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 Ja, trotzdem noch kurz mal drauf kommen. Mal gucken, ob er drauf kommt. Ah. 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 Da ist mir ein Stoch da. Okay, ich wollte es gerade gar nicht. Ich wollte kommen wegen Berechtigung und würde vorbeischauen. Hm. Ah. Ah. Gucken wir mal. Ah. Da habe ich einfach einen Scheiß eingeziert. Sprengstoff. Ah. 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 Ich gehe vorne noch kurz, wenn ich den Schleisch anruft sie dann geben. Ah. 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 Funktioniert? Ah. Grüß dich rein. Ja. 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 hat platin berechtigt also fast wie bei der kreditkarte nur die besten nur das beste weißt du doch noch mal ein paar abzeichen und so was ja wunderbar einziehen und so das so eine schöne sache oder doppelklick auf welt auf mittel ist auch drin im kanal war noch ein bisschen rumgespielt und so was alles besser klar supi dupi ja schön ja und das gleiche ok also wenn ich die tage grüße so guten freund und co-autor haben wir jetzt erst mal ein bisschen kripper schädel wissen körper kopf ist immer noch nacht ok hier irgendwo hier kurz immer raus ok dann gehe ich jetzt nach sie husa von sie husa gehe ich jetzt zum walddorfer reich und dann gehe ich wieder hier unten wieder rein wir können auch kurz jetzt mal entladen vielleicht erst mal jetzt auch gleich jetzt mal das mache ich mal dann geben wir noch mal eine folge mal ein bisschen suchen material oder wobei gleich wege bauen erst mal noch eine folge mal ein bisschen nach materialen suchen Mhm.